Hyaluronan, ein etwas zungenbrecherisches Mittel. Hyaluronsäure wird vom Körper selbst erzeugt und ist für die Feuchthaltung der Haut wichtig. Leider nimmt das mit zunehmendem Alter ab. Wir haben weniger Hyaluronsäure und dieser Wirkstoff in liposomaler Form kommt in die Epidermis, durchfeuchtet sie straff die Haut und sorgt für ein besseres Hautbild. Es ist das teuerste und beste Antifaltenmittel der Natur.